Charlene von Monakos Stimme ist selten zu hören. Doch jetzt ergreift die Fürstin laut das Wort in einem äußerst seltenen TV-Interview. Es geht um ihr ganz persönliches Anliegen. Monaco, geht es um die Belange des Fürstenhauses, ist es meist Fürst Albert Zweiter, der eine Rede hält. Charlene von Monaco sagte in der Vergangenheit größtenteils nur, Hallo und Auf Wiedersehen. Doch jetzt hat sie ihr Schweigen gebrochen. In einem seltenen Interview, das sie dem Fernsehsender Monaco Info gab, wird sie am 18. September um 18.30 Uhr Ortszeit in der Tagesschau-Ausgabe erscheinen. Ein Schnipsel des Video-Interviews fand vorab seinen Weg in die Öffentlichkeit. Wer Charlene noch nie sprechen gehört hat, kann sie jetzt laut sprechen hören. Als passionierte Naturschützerin erhebt Charlene von Monaco jetzt ihre deutlich ihre Stimme. Am Samstag, dem 16. September gab ihre königliche Hoheit Fürstin Charlene den Startschuss für den Waterbike Challenge South Africa Lauf, der sein Debüt im Sun City Complex in Südafrika gab. Nach einem 15 Kilometer langen Staffellauf erreichte das Team, Bumble Bays, den ersten Platz. Das Team von Charlene's Bruder Sean Wittstock auf dem dritten Platz und das Team von Bruder Gareth, Serenity, landete auf dem vierten Platz, ließ die Stiffung Charlene's via Instagram wissen. Alle Einnahmen dieses Rennens gehen an Life Saving South Africa, einem Partner von Charlene's Stiftung PCMF South Africa, für das Programm Schwimmen lernen. Die Erlöse werden aber auch für Programm zur Erhaltung von Nashörnern und bedrohten Arten eingesetzt. Im TV-Interview mit Monaco Info spricht die Fürstin des kleinen Felsenstaats an der Côte d'Azur leidenschaftlich für die Belange der Tiere, die unter ihrem persönlichen Schutz stehen. Dafür beschritt Charlene schon häufiger unkonventionelle Wege, zeigte sich im krassen Style und in extravaganten Posen. Mit großem persönlichem Einsatz verfolgt Charlene ihr Rhino-Projekt und wird dafür nun auch laut. Dass sie nun auch ihre Stimme erklingen lässt, ist neu und dürfte sie einige Überwindung gekostet haben. Denn Charlene stand kürzlich wieder in der Kritik dafür, noch immer kein adäquates Französisch sprechen zu können, obwohl sie schon so viele Jahre im Fürstentum lebe. Das Interview gibt sie nun souverän auf ihrer Muttersprache Englisch und zeigt damit überdeutlich, dass es ihr um die Sache geht, nicht um Nebenschauplätze. Auf Charlenes Instagram-Account, der aus dubiosen Gründen im Sommer kommentarlos gelöscht wurde. Hatte die Fürstin im Jahr 2021 ein Foto von sich gepostet, das bei ihren Followern im ersten Moment für große Verwunderung gesorgt hatte. So hatte man eine Vertreterin des europäischen Hochadels noch nie gesehen. Im Stil einer modernen Kriegerin mit dramatischem Make-up präsentiert sich die Zweifachmama in kämpferischer Pose. Um Aufmerksamkeit fürs Tierwohl zu erlangen, ist der ehemaligen Profisportlerin fast jedes Mittel recht. Nach den Fotos folgt am Abend also ihr großes TV-Interview.